Ich würde mich freuen, wenn die evangelische Kirche mit all ihren Strukturen als wichtiger zivilgesellschaftlicher Player mehr in netzpolitische Debatten reingehen würde, sich dort engagieren würde, weil ich das Gefühl habe, dass viele Werte der evangelischen Kirche mit den Werten einer lebenswerten digitalen Gesellschaft übereinstimmen. Werte wie Offenheit, Werte mit Nächstenliebe, Werte wie Dezentralität, die Würde des Menschen oder der Schutz der Privatsphäre. Das sind gemeinsame Ziele, für die wir kämpfen könnten und gerade die Kirche mit all ihren Infrastrukturen, all ihren Ressourcen könnte eine digitalen Zivilgesellschaft hier gut unterstützen, weil letztendlich geht es darum, ihr teilt Brot, wir teilen Wissen, ihr könnt das Wissen mit uns teilen. Mieter 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 Mieter